Seit 1981 ist der Fotohof ein Zentrum der künstlerischen Fotografie in Österreich und seit fünf Jahren gibt es hier das Fotohof Archiv, in dem künstlerische Fotografien gesammelt werden. Aus diesen beiden Jubiläen, aus diesem Anlass heraus, haben wir jetzt einen Bildband publiziert, Salzburg, Fotografien aus dem Archiv und in diesem Bildband haben wir solche Fotografien von Künstlern versammelt, die auch hier im Archiv zu finden sind. Und dieses Buch ist natürlich einerseits ein Buch über Salzburg geworden, von den 1930er Jahren bis zur Gegenwart, aber eben auch andererseits ein Überblick darüber, was sich in unserer Sammlung verbirgt. Und einer der Künstler, den wir ausgewählt haben, ist Ottmar Thormann. Ottmar Thormann ist gebürtiger Österreicher, der so sehr früh nach Stockholm gegangen ist und dort lebt, aber laufend in Österreich auch wieder fotografiert. Und der Fotohof hat mit ihm ein größeres Fotoprojekt vor einiger Zeit gemacht und aus diesem Projekt in Salzburg stammen die Fotografien, die wir für das Buch und die Ausstellung ausgewählt haben. Ja, an der Fülle der Bilder, die noch verfügbar wären, greifen wir vielleicht als nächstes Gerti Deutsch heraus. Diese Fotografin ist schon lange tot. Sie stammte aus Wien, war Mitglied einer jüdischen Familie und musste daher mit Beginn des Faschismus Österreich verlassen und hat in England ein Exil gefunden. Trotzdem hat sie den Kontakt mit Österreich nicht verloren und hat immer wieder hier fotografiert, unter anderem bei den Salzburger Festspielen, was natürlich eine Arbeit ist, die wir hier in der Ausstellung zeigen können. Ja, und ein anderer Fotograf, der ebenfalls aus einem jüdischen Elternhaus stammt, ist Wolf Suschitzki. Auch von ihm haben wir kürzlich sein gesamtes Archiv erhalten. Das Archiv ist hier zu sehen, eine große Menge an wunderschönen Prints, Negativen und eine Besonderheit, Kontaktbücher. Und diese Kontaktbücher zeigen, was Wolf Suschitzki im Laufe seiner Zeit fotografiert hat, in Form von kleinen Kontakten, kleinen Bildern in Büchermappen angelegt. Und aus diesen Bildern konnte man wunderbar jene Fotografien auswählen, die wir dann im Buch verwendet haben. Seine Arbeit ist übrigens auch sehr früh, die früheste im Buch aus den 1930er Jahren. Mit Inge Morath hat uns eine langjährige Zusammenarbeit verbunden. Wir haben Inge Morath in den späten 80er Jahren kennengelernt. 1991 luden wir sie zu einer Arbeit nach Salzburg ein. Das Projekt war Salzburg in Artists' View. Aus diesem Projekt stammen auch diese Bilder hier an der Wand, sowie die Abbildungen in der Publikation. Ich habe Inge Morath damals auf ihren Wanderungen durch Salzburg und bei ihren Besuchen von Menschen, die in Salzburg leben und arbeiten, sehr häufig begleitet. Hier sehen wir den Politiker und Schauspieler Herbert Fuchs. Wir haben ihn damals im Café Bazar getroffen. Und ich finde, Inge Morath hat ihn hier perfekt getroffen, in seiner typischen, auf die Menschen direkt zugehenden Art. Inge Morath hat sich immer auf die Begegnungen mit Menschen sehr gut vorbereitet, damit sie Gesprächsthemen hatte bei den Fotomeetings. Sie hat auch die Literatur von HC Artmann gelesen, bevor wir ihn in seinem kleinen Haus im Moos besucht haben. Hier sehen wir HC Artmann typisch mit einer Zigarette und Kaffee mit seiner Frau Rosa am Tisch sitzen. Dieser Nachmittag war sehr unterhaltsam und ich glaube, es war eine gegenseitige Bereicherung. Was ist in der Regel, wenn ich auf Reisen gehe, nehme ich die Kamera mit? Und wenn ich dann Objekte sehe, die meines Erachtens für die Art von Arbeit in Frage kommen, dann kann ich die verwenden. Also spielt Salzburg nur eine untergeordnete Rolle, die sich natürlich ergibt, weil ich hier lebe auch. Und dieses eine Bild, von dem wir hier jetzt sprechen, ist eines aus einer Serie, aus einer größeren Serie von Architekturen oder anderen Objekten, sowohl in der Stadt als auch im Studio, unter Verwendung von einem sogenannten Papiernegativ. Also ich habe hier eine Darstellung, die negativ ist, was man nicht unbedingt sofort erkennen kann, weil man könnte meinen, dass es eine Nachtaufnahme ist. Aber durch die Umdrehung der Grauwerte, wo weiß-schwarz wird und schwarz-weiß wird und die Mitteltöne etwa gleich bleiben, kommt ein Bild zustande, das eben ein negatives Bild ist, das man normalerweise im Ausstellungsbetrieb ja überhaupt nicht sieht. In dem vorliegenden Fall, bei dem Bild, das wir hier sehen, ist es so, dass ich arbeite mit einer relativ großen Plattenkamera, die ja nur diese Art von Arbeit erlaubt, weil analoge Filme im Kleinformat und so wäre das nicht möglich. Es geht also nur dadurch, dass in dieser großen Plattenkamera eigentlich ein entsprechendes Vergrößerungspapier, ein Silbersgelatinpapier zugeschnitten wird, um hier in den Rahmen zu passen, mit dem man normalerweise den Film einsetzt. Also da wird statt Film eigentlich Papier eingesetzt und das wird dann belichtet, indem man eben dann entsprechend das Licht misst. Das ist auch ein bisschen experimentell, weil man draufkommen muss, wie man ein Papier eben als reine Fotoaufnahmepapier verwendet, weil das ja nur für die Dunkelkammer gedacht ist. Insofern bekomme ich da relativ lange Belichtungszeiten manchmal bei kleiner Blende, die bis zu fünf bis zehn Minuten oder länger gehen können. Der Bildband Salzburg Fotografien aus dem Archiv versammelt zwölf Künstler, die Teil des Fotohofarchivs in Salzburg sind. Interessant dabei ist, denke ich, dass es sich um Künstler handelt, die sehr früh, 1933 schon, begonnen haben, Salzburg zu fotografieren. Da ist zum Beispiel Wolf Suschitzke zu nennen, der als Student der Grafischen Akademie in Wien frühe Fotos machte. Da ist auch die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zu nennen, wo ein amerikanischer Besatzungssoldat Fotografien des zerbombten Salzburgs machte, die dann den Weg ins Archiv gefunden hat. Und ein besonderer Fund, anonyme Fotografien, Kontaktkopien, an denen man sehen kann, wie eben österreichische Bewohner der Stadt mit den amerikanischen Besatzungssoldaten feste feiern oder sich treffen. Und von diesem frühen Beginn über den ganzen Zeitraum reicht das Bild, die Bilder in diesem Buch dann bis in die Gegenwart. Etwa die Farbearbeiten von einem Wiener Fotografen, Paul Albert Leitner, der an den Rändern von Salzburg fotografiert hat und dort Bilder macht, die man eigentlich vielleicht nicht mit Salzburg assoziieren würde. Vielen Dank.